Sehr schön, nicht wirklich selbstverständlich beim VfB. Und am neunsten zum Nachbericht zum Pokal-Siegestern beim BFC Dynamo. Wir fangen an, die Highlights waren ja diesmal einige bei der 0 zu 6. 26. 0 zu 1 Hamadi Al-Ghadoui, 45. plus 1 0 zu 2 Borna Sosa, 53. das 0 zu 3 durch Idinos Mafropanos, 68. Klimovic mit dem 0 zu 4 und noch ein Doppelschlag kurz vor Ende. 82. erst 0 zu 5 von Sanko und in der 88. Schlusspunkt 0 zu 6 von Darko Djurinov. Und ja, das war wirklich eine Erstrunden-Regionalliga-gegen-Bundesliga-vereinwürdige Leistung. Sagt man es so, sehr souverän, sehr eiskalt. Und der BFC Dynamo hat sich dabei auch teuer verkauft, das kann man auch so sagen. Zeigen auch die Statistiken, sind ja beispielsweise bei 16 zu 15 Torschüssen für sie quasi. Die Stimmung war auch gut, knapp über 2600 Fans waren da, auch rund 200 VfB dabei gewesen. Startelf-Tipp war eine 9 von 11. Hatte ja Nathai noch zu Karasso korrigiert, sonst wären es 8 von 11 gewesen. Klimovic und Ito waren drin, statt Anton. Einfach eine Erkältung, konnte ich ja nicht wissen. Und Klimovic hat den Vorzug bekommen vor Didavi. Sosa dann eben bereitet in der 26. auf Al-Ghadoui vor. Wenn eben kein Sascha da ist, dann macht es eben eher per Kopf. Wir hatten auch mehr Ballbesitz, doch war das Spiel recht aussieglichen. Und dann eben auch wirklich ein sehr, sehr schöner Zeitpunkt zum 0 zu 2 mit dem Halbzeitpfiff quasi. Schöne Flanke, viel Platz bei Massimo rechts. Und dann einfach stark Volley direkt genommen durch die Beine vom Keeper Sosa. Top. Nach der statistisch dann einzigsten Ecke von uns, ja, netzt Mafropanus. 53. Der BFC hatte übrigens scheinbar neun Ecken. Al-Ghadoui hatte noch einen Schuss, der knapp daneben gekullert ist, bevor dann ein dicker Schnitzer in der Abwehr vom BFC passiert ist. Klimovic schnappt sich dann den Ball direkt am 16. in der 116. Linie quasi und macht dann eiskaltes 0 zu 4. Dann kommt nochmal Dynamo, Doppelchance, Lattentreffer in der 69. Also eine Minute nach dem 0 zu 4 und auch ein Kopfball, der noch daneben geht. Und dann kommt der, meine ich, jüngste Pokaltorschütze des VfB. Mohamed Sanko macht das 0 zu 5. Sehr schöner Kopfball nach Flanke von Tommi. Müsst es gewesen sein und Schlusspunkt setzt dann Schönoff mit einem Konter. Einfach, ja, da war niemand mehr da vom BFC. Die Davi legt oft Schönoff ab 0 zu 6. Ja, damit haben wir wirklich nach langer Zeit mal wieder einen sehr souveränen und auch hohen Erstrundensieg eingefahren. Können wir ein bisschen den letzten Gegner durchgehen. Also letzte beiden Saisons war es ja jeweils ein 0 zu 1 Sieg in Rostock. Davor eben die 2 zu 0 Pleite, auch in Rostock. Davor dann 17, 18, 11er Schießwanderer gekommen in Cottbus. 16, 17, 0 zu 3 in Homburg. Also auch schon in die Richtung von eindeutig. Und dann 15, 16, 1 zu 2 in Kiel, also eng. 14, 15 rausgeflogen in Bochum mit 2 zu 0. Und 13, 14 eben auch beim BFC Dynamo 2 zu 0 gewonnen. Und dann eben 12, 2, 13 erst gab es wieder, oder ja, gab es erst einen hohen Sieg. Ein 0 zu 5 beim SV Falkensee Finkenkrug. Also sehr schön, nicht wirklich selbstverständlich beim VfB, was die Statistik hier zeigt. Und in der Saison kam man übrigens auch, Funfact 2013, ja auch ins Finale. Für den BFC gestern Mittwoch dann in den Landespokal weiter. Und bei uns, wie gesagt, am Samstag 15.30 der Bundesliga-Start gegen Fürth. Dann kommen wir zu Man of the Match Voting. Aus letzter Saison kennt ihr es bestimmt noch, Voting im Community-Tab. Diesmal nutze ich auch wieder die ganzen vollen 5 Plätze, die wir dafür haben. So sehr bekommt ein Platz, ist von vielerlei Seite als Man of the Match genannt worden. Wir nehmen auch Hamadi Al-Ghadoui dazu, Bredlo auch. Und dann eben unsere Youngsters Ito von Beginn an. Und dann auch eingewechselt Mohamed Sanko. Sinn mit dem Voting stimmt ab. Oder wenn ihr eine andere Meinung seid, ab in die Kommentare. Und die drei Tweets of the Match. Nummer 1, Sanko und Beyaz zusammen auf dem Feld zu sehen, wird die Erfüllung meiner geheimsten aller Träume. Also da haben wir auf jeden Fall dermaßen krankes Potenzial da am Start. Wenn dann eben auch Beyaz spielberechtigt ist, bin ich sehr gespannt, was das bringen kann. Und dann auch das natürlich halbe Mio-Koop-Option für Ito. Grenz an Trickbreddruck, Herr Mislintat. Muss man auch so sagen, auch wie gesagt, wo er ihn gefunden hat. Also ich glaube, Kagawa da war damals auch aus der 2. japanischen Liga und Ito eben auch. Wahnsinn. 2. japanische Liga. Wirklich sehr starkes Spiel gemacht für Anton Reingerückt. Direkt in die Mitte, zentral in die Abwehr. Wahnsinn. Und letzte, wann hatten wir das letzte Mal so eine entspannte letzte Viertelstunde in der ersten Runde des DFB-Pokal. Und das mit 12 Ausfällen, das ist schon mal ganz okay für den Start. Ja, kann man so einen Punkt runtersetzen. Also wir sollten das Spiel nicht überhypen oder sowas. Aber mit der Lage und wirklich wie wir das Spiel runtergespielt haben, sehr, sehr angenehm. Auch vorhin gesagt, nicht natürlich für den VfB, dass wir so eine lockere erste Runde haben. Deswegen sehr geil. Und damit war es das von dem Nachbericht zu unserem Pokal-Sieg gestern. Ich kann euch hier nochmal spontan die Kick-Tipp-Runde ins Herz legen, wer da Bock drauf hat. Kostet uns das Tippspiel, so ein bisschen Community-Action, Kick-Tipp, AFM VfB, Link auch in der Videobeschreibung. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.